Traurige Nachrichten für alle Wollny-Fans. Silvia und Co. verschwinden von den TV-Bildschirmen. Mittwochabend ohne die Wollnys. Für viele TV-Zuschauer unvorstellbar. Umso bitterer, dass sie jetzt erstmal auf ihre Lieblinge verzichten müssen. Silvia Wollny hatte einen Hirnschlag, in dieser Staffel passierte einiges. Silvia hatte einen Hirnschlag in der Türkei. Ihre Familie war in großer Sorge um ihr Oberhaupt. Das ist einfach eine beschissene Situation. Da geht es um das Leben meiner Mutter, schluchzte Tochter Silvana. Punkt. Auch Schwester Estefania weinte dicke Krokodilstränen in der Sendung. Ich habe Angst, dass irgendwas passiert und wir nichts tun können. Punkt. Mittlerweile geht es Silvia etwas besser und sie konnte zurück nach Deutschland reisen. Punkt. Am Anfang hatte ich schon Angst, als wir hochgingen, eben aus gesundheitlichen Gründen. Aber es ist alles gut gegangen, berichtete die 59-Jährige nach ihrer Ankunft in Düsseldorf. Punkt. Doch wie geht es weiter mit Silvias Gesundheit? Können die Ärzte in Deutschland ihr helfen? Das werden wir erstmal nicht erfahren. Familie Weiß bekommt den Sendeplatz von den Wollnys. Heute Abend endet die Wollnys-Staffel bei RTL 2. Ab nächster Woche über nimmt Familie Weiß den Sendeplatz. Die Kameras begleiten den Familienalltag von Andrew und Virginia mit ihren sechs Kindern nach ihrer Auswanderung nach Zypern. Punkt. Wenn eine sympathische, aber absolut chaotische Familie die Tür öffnet, ist Unterhaltung garantiert, wird die Sendung bereits in der offiziellen Pressemitteilung angepriesen. Zuletzt war die Influencer-Familie bei Goodbye Deutschland zu sehen. Punkt. Silvia Wollnys spricht Klartext über neue Staffel. Werden sie jetzt die neuen Wollnys bei RTL 2? Müssen sich Silvia und Co. Etwa Sorgen machen? Obwohl die Wollnys in letzter Zeit mit schlechteren Quoten zu kämpfen hatten, kann Silvia ihre Fans beruhigen. Punkt. Auf Instagram verkündet sie, an alle, die mein Leben beobachten und darüber lästern, gebt nicht auf Staffel 17 kommt. Wann genau? Das steht momentan noch in den Sternen.